Die 195 Stuhlfohlen von Casal aus einer Clarimo Corrado 1 Locato Rocco Mutter, Züchter und Besitzer Gabriele Kowalski aus Stadum, Stamm 162, geboren am 6. März. Die 195 Stuhlfohlen von Casal aus einer Clarimo Corrado 1 Die 195 Stuhlfohlen von Casal aus einer Clarimo Corrado 1 Die 195 Stuhlfohlen von Casal aus einer Clarimo Corrado 1 Die 195 Stuhlfohlen von Casal aus einer Clarimatur Die 195 Stuhlfohlen von Casal aus einer Clarimo Corrado 1 Untertitelung des ZDF, 2020